Ach ja, die Sonnenblumen fange ich heute nicht mehr ein, dauert zu lang. Ja, die schirrbe ich auch, oder wei? Muss man das pflügen? Nein, muss man nichts pflügen, passt. Gut, die Gruppe läuft auf der 30. Gut. Gut. Gut, gut. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, alle Mods bzw. DLCs. Das war's für heute. Ach ja, genau. Ach, ich bin froh, wenn ich mit denen nichts mehr zu tun habe. Das sag ich auch. Beim Schaf, bei den Schaf habe ich noch ein paar Trimballen. Da habe ich auch den kompakt, den Silo King drüben. Aber die halten ja ewig bei den Schaf, das ist ja das Schöne. Oh, das ist nett. Ja, komm ich da mal. Was hast du denn für einen Nick auf der Xbox? Was für einen Gamertag hast du denn da? Dann komm doch einfach mal in die Party. Also investieren musst du für das im Moment nichts. Weil es ist noch kein DLC hier draußen. Alle Mods sind umsonst. Also da brauchst du nur das Grundspiel. Mehr brauchst du im Moment nicht. Und die Traktoren, oder nicht? Ach ja, die Traktoren braucht er genau. Die Sonderlackierungen. Die habe ich jetzt vergessen. Ja, die braucht er. Ja, genau. Black Beauty. Dann die KAU Edition. Kostet 5 Euro. Die KAU Edition sowie Viper, Python und Anaconda. Die brauchst du. Bei alles andere ist... Steini, Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht Steini. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja, wir wissen ja noch nicht, was das als DLC kostet. Ne, ich meine dieses Traktorenpack, da hast du alle in einem und das ist ein bisschen günstiger, als wenn du das einzig gekaufst. Ja, das kostet ein Fünfer. 4,99 kostet das Pack. So, auf 30 ist er gleich fertig. So, die sind jetzt ein Fünfer. So, wie geht es? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht das kein Problem. Macht der Multiplayer schon Spaß. Die Beine haben grube umgeschmissen. So, ich bin auf 31 am grubbern. Auf 20 kommen wir starten, oder? Ja. Aber einmal bis hoch fahren lassen und dann musst du glaube ich manuell oben mal eine vorgewinne. Ja. Ja, mach ich. So, dann bleibt er nämlich mit seine Schläuche. Nämlich den Zaun kaputt, sag ich mal. Ist ja ein bisschen doof hier oben. Ja. 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 Ja.